Was zur Hölle hast du da kaputt gehauen, Dixis? Jett hat es sich wieder geschafft. Was ist denn mal mit Jett los? Wie kriegt sie das jedes fucking Mal hin? Wäre das beides hier frei, mein und durch... Jetzt kommt wieder ein Raid, was ist denn los? Warum gehst du denn schon wieder berserk? Ich weiß, das geht dir da nicht gut, aber meine Fresse. Reicht doch langsamer. Could you not? Saby hat jetzt auch noch die Flu. Wieso noch auf normale Medizin gestellt, aber ich glaube, davon haben wir auch gar keine mehr. Also macht das auch keinen Unterschied. Dixis ist ein Tantrum und haut erstmal was kaputt. Ach, herrje. Schon wieder ein scheiß Raid. Was ist denn los? Warum müssen da immer Verwandte dabei sein? Und wo kommen die denn? Und hier läuft schon mal hier rüber. Man hat halt noch keine Mortars. Okay, deren Materialien sind schon gelandet. Könnt ihr nicht schießen von da? AJ, du sollst nicht voranstürmen. Geht ihr mal lieber noch ein bisschen näher dran, wenn die nur nicht... Ihr solltet vielleicht aufhören zu bauen, wenn ihr so unter Beschuss seid, ey. So, zurück. Wollen die jetzt weiterbauen, oder was? Der Kirby ist da noch irgendwie am Baum fällen. Da haben wir gerade irgendjemanden erschossen, der verwandt war. Okay, die ziehen sich zurück. Ich sehe, ihr könnt hier den Capturen, das andere geholt werden. Vor allem das von hier hinten. Den können wir auch claimen und dann reinstallen. Dann haben wir nämlich auch einen Mortar. Für wann auch immer. Stellen wir erstmal hier oben in die Ecke rein. Und AJ, schnapp dir mal die Components. Jed, kümmere dich vielleicht darum, dass das gebaut wird. So, wie sieht es denn hier mit Shorty aus? Shooting und ansonsten gern nichts. Das heißt... Ja, eigentlich wäre so ein perfekter Marksman. Nehmen wir sie erstmal auf. Dann haben wir auch wenigstens wen, der sich um Stuff kümmern kann. Wenn wir nämlich auch überall mal die Heizung reinbauen, dann sind die Prisoner vielleicht auch nicht so schlecht gelaunt. Warum gehst du jetzt Berserk? Was ist dein Scheißproblem? Willst du sterben, oder was? Kann es ja kaum stehen. So, konvertieren wir Le Kruger. Dann kann der jetzt auch endlich rekrutiert werden. Und der dürfte sich sogar relativ schnell anschließen. Kann auch noch schon mal wieder auf Level Schmiels gestellt werden. Hatte der nicht eine... Ich habe Resistance mit Will verwechselt. Na gut. Aber Meteor dürfte sich uns bald immerhin anschließen. Was wir jetzt auf jeden Fall schon mal machen können, ist den Stove hier gegen einen Fuel Stove... Äh, gegen einen Electric Stove zu ersetzen. Und der AJ kümmere dich... Achso. War schon. Sehr gut. AJ, warum machst du jetzt Components? Haben wir keine mehr dafür? Wahrscheinlich nicht. Deswegen muss der mal eben noch welche herstellen. So, und hier müssen jetzt die ganzen Builds neu gemacht werden. Simple Meal. Bis wir 20 haben. Fine Meals. Bis wir 50 haben. Levish Meals. Bis wir machen auch erstmal 20. Vegetarian können wir auch schon mal machen. Auch 20. Und Packaged Survival Meals. Was wir 50 haben. Irgendwie hat ein Schneemann gebaut. Megaslot Revenge. Wer Hunted ist? Ich hoffe nicht Jet. Okay, Dixus. Und Dixus hat es auch schon erschossen. Solange es noch ein bisschen kühler draußen ist, meinen wir mal eben hier die Wände raus. Und ersetzen die dann durch Marble Walls. Was zur Hölle hast du da kaputt gehauen, Dixus? Was stand hier? Was stand denn hier, was explodiert ist? Ich weiß, ich hatte hier irgendwas hingestellt. Aber ich weiß nicht mehr, was... Scheiß Mörser war das. Egal. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass hier jetzt wieder Wände gebaut werden. Warum haben wir jetzt keinen Strom mehr? Weil das Stromkabel hier kaputt gegangen ist. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal hier noch Stromkabel setzen. Hey Jay, kümmere dich mal bitte da drum. Sonst haben wir da oben keinen Strom. Das ist scheiße. Kannst nicht schlafen gehen, solange das nicht fertig ist. So. Hier unten können wir das auch mal noch um eins erweitern. Ich weiß nicht, ob das dann da hochreicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht müssen wir das noch so ziehen. Wir haben ein Encampment. Was kriegen wir dafür? Marine Helmet. Reck in Armor. Und dann Arquitek Eye und Advanced Components. Das Arquitek Eye, das spricht mich mehr an. Ja, machen wir auch. Aber wir warten mal noch. Meteor hat uns sich endlich angeschlossen. Ein Zimmer haben wir auch noch frei. Ein zweites können wir mal im Tear richten. Bald brauchen wir auch ein drittes. Das können wir eigentlich auch schon mal ausheben. Ich muss noch direkt ein bisschen weiter, damit die Wände da gebaut werden können. So, einen Meteor müssen wir erstmal einteilen. Er ist ja ein Crafter. Das heißt, er kann sich ums Smoothing kümmern. Und sehe, wie kann das abgenommen werden. AJ braucht es genauso nicht mehr machen. Tailoring fällt auf jeden Fall weg. Kraft kann er mal auf die drei bekommen. Researchen brauche er auch nicht. Handeln brauche er nicht, aber er kann handen gehen. Ja, das sieht so eigentlich ganz gut aus. Mach mal so. Der Meteor hat sich auch aus irgendeinem Grund direkt das Zimmer geschnappt. Obwohl das noch gar nicht fertig ist. Aber soll er mal machen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal sagen, dass hier noch das Rooftop raus soll. Dementsprechend, na gut, hier können wir es noch nicht. Können wir aber auch schon mal frei meinen. Dann können wir dann auch schon mal sagen, dass er immer drei Herbal Medicine mitnehmen soll. Und das Outfit Non-Tethered erziehen soll. Red Self-Tamed. Ich meine, es geht jetzt wieder auf den Frühling zu. Aber wir haben auch überhaupt kein Essen mehr so wirklich. Megasloth Revenge. Geht jetzt einfach mal davon aus, dass Dixis es hunted und dass alles in Ordnung ist. Jet hat sich wieder geschafft einzube... Was ist denn mal mit Jet los? Wie kriegt sie das jedes fucking Mal hin? Letztes Eimer passiert, okay. Aber das ist jetzt irgendwie drittes oder vierte Mal. AJ kann Shorty-Converten und dann kann sie auch rekrutiert werden. Ich glaube, irgendwie unsere Thrumbo, die verlernen alles, weil sich gerade keiner um die Tiere kümmert. Das ist richtig scheiße. Ja, die können fast gar nichts mehr. Naja, es kommen bald bessere Zeiten. Na super. Dixis ist Catatonic. Den hier retten mal. Irgendwer holt mal die Rifle da weg. Und alles andere hier bitte auch. Habt ihr jetzt mit seiner Rifle überhaupt angestellt? Ich hoffe, ihr habt die nicht eingeschmolzen. Ich würde euch umbringen. Ja, ist sie okay. In die Uhr kann er auch mal Operations angesetzt bekommen. Irgendwann rechts eine Lunge, damit er auch kein Asthma mehr hat. Als nächstes sollten wir wohl mal das Krankenhaus machen. Shorty hat eine Crisis of Belief. Bitte nicht. Du gehörst doch zum Path of the Döner schon. Mensch. Hat der jetzt zwei bessere Lungen? Ja, hat er. Sehr gut. So, Krankenhausbetten. Die fressen natürlich scheiße viel Stahl. Und da muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. Wenn hier ein Ding in die Mitte kommt. Äh, wie kriege ich das denn am besten? Ist nicht bereit genug. Ich muss das um eins erweitern. Muss ich nicht, aber dann ist es symmetrisch. Ich glaube, acht Stück reichen erstmal. Deconstructen wir das hier. Und dann soll hier das gemeint werden. Noch Power darüber legen. Und das hier fällt dann auch unter die Zone Pryo Cleaning. Man sieht ja Lanyu auch direkt rum. Und Licht kommt hier auch noch rein. Silby ist ein Sad Wanderer. Wie lange dauert es denn noch, bis wir ihn hier überzeugt haben? Nicht mehr so lange. Nachdem wir die ganzen Krankenhausbetten gebaut haben, fehlt uns natürlich auch ein bisschen Stahl. Aber gut. Best six space in 24 hours. Ja, dann sollten wir das mal annehmen für das Arco-Tech-Eye. Wir brauchen auch schon mal wieder ein neues Bett hier oben. Mit einer Heizung auch. Die Manlage ist hier ja bereits drin. Es sind auch schon lange keine Händler mehr gekommen. Ein Masterwork-Bett. Er kann sich freuen, wer auch immer das von den beiden hier bekommt. Morgen machen wir dann mal eine Karawane. Dixis kann schon mal seine Charge Rifle wiederholen. Und dann wollen wir mal aufbrechen. Vom Karavan hier runter. Da gehen hin Dixis, Xenia, AJ und Zebi. Und ein paar von den Alpakas zum Transportieren. Von den verbleibenden sollte Jed dann vielleicht mal auf Warden gestellt werden. Oder Videor. Sind beide Scheiße da drin. Egal, aber irgendwer muss sich um die kümmern. Danius in an Insulting Spree. Da haben wir einen neuen Recruiten. Sehr schön. Den können wir dann auch direkt mal einteilen. Patient, Bedrest, Hall, Basic. Er kann das Warden jetzt übernehmen. Er soll auf jeden Fall kochen. Hanlon kann auf drei. Das wird er dann mit Xenia tauschen. Die anderen Sachen braucht er, glaube ich, nicht. Er kann putzen, wenn er sonst nichts zu tun hat. Research auch nicht. So war das doch richtig, oder? Er hat halt Animals und Cooking. Der Schedule müssen wir noch für die neuen Leute festlegen. Er wird halt einfach kopiert. Und er soll auch immer drei Herbal Medicine tragen. Genauso wie Outfit Non-Tethered. Baby hat Malaria. Rihanna, Supon. Die sind gerade unterwegs. Wow. Wir haben wieder so viel Menschenfleisch hier. Und irgendwie nichts anderes zu essen. Deswegen mach du doch mal hier ein bisschen was. Butcher Creature. Das ist jetzt Priority. Dann machen wir mal eine neue Zone. Das ganze Menschenfleisch hinlagern. So, hier kommen nur Raw Food, Insect Meat und Human Meat rein. Und hier wird das verboten. Hier fehlt das linke Bein. Deswegen ist hier so langsam. Sollten wir Operations ansetzen, sobald unsere Leute wieder da sind. Wir haben leider noch keine Bionischen Sachen. Aber so ein Pack-Like oder sowas ist ja auch erstmal ganz sinnig. Damit es zumindest ein bisschen besser ist. Dicke Ground Female. Na super. Ich sag ja, irgendwie lässt das Spiel uns keine Ruhe. Aber Lanyu ist in der Shoot, Frenzy. Was uns nichts bringt, weil er nicht derjenige ist, der gleich schießen wird. Da ist die Karawane auch angekommen. Wir kommen von hier unten. Wenn wir uns irgendwie hier drin vorbeischleichen können, wäre das wahrscheinlich gut, wenn wir hier oben hingehen. Geht ihr doch einfach mal hier hin. Jetzt greifen die auch schon an. AJ schnappt sich alle, die zu nahe kommen. Und das war es ja auch schon. Hier hat noch einer überlebt. Crafting und Medical. Ja, muss nicht unbedingt. Nee. Wir brauchen erstmal keine Crafter. Ihr müsst aber auf jeden Fall den Turm noch da kaputt hauen. Sehr schön. Dann das deconstructed werden. Das kann deconstructed werden. Darum kann sich der AJ auch direkt mal kümmern. Das andere haben wir ja hier nicht. Gut, hier ist noch eine Lampe. Und das war es. Wir könnten zwar die Käfige da noch deconstructen, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Reformed Caravan. Ab nach Hause. Wir nehmen mit alles an Components auf jeden Fall. Alles an Stahl. Und die ein bisschen wertvolleren Waffen. So wie eigentlich alles an Medizin und Essen. Und es geht wieder nach Hause. Tame and Arrive. Wo ist das denn angekommen? Ja. Dann können wir hier eigentlich unten im Krankenhaus direkt mal ein paar Wooden Shelfs machen. Wobei hier am besten noch nicht, weil ich das nach da oben wahrscheinlich noch erweitern werde. Machen wir uns doch auf die Seite. So und hier kommt rein mit dem Portant. Machen wir mal auf die rechte Seite die Body Parts. Hier soll Medizin rein. Beziehungsweise in einen machen wir mal mit Ritical, Sontal Miscellaneous, Resurrector und Healmech Serum. Und in die anderen soll Medizin rein. Nur keine Herbal Medicine. Die muss ja gesondert gelagert werden. Wobei machen wir auch mal hier Glitter World Medicine. Auch important. Und in die anderen beiden kann normale Medizin Copy und Paste. Das Menschenfleisch wird gerade umgelagert. Das wir da auf jeden Fall mal machen können, weil es jetzt wieder auf den Sommer zugeht. Wäre das beides hier frei, mein und durch... Jetzt kommt wieder ein Raid. Was ist denn los? Also irgendwas ist anscheinend echt, wenn man diese Karten macht, dass es schwieriger wird. Das ist doch nicht normal. Das hier wird auf jeden Fall frei gemeint oder werden dann neue Kühlgeräte eingebaut. Die wir hier noch jetzt greifen an. Wir haben hier zwei Leute, die nicht mal Waffen haben. Das ist wunderschön. Equipp du mal die und du die hier oben. Ihr beide geht schon mal hier runter. Sobald ihr Waffen habt auch. Die müssen wir wahrscheinlich durch die Fallen durchbaten. Wird sonst keinen Sinn. Meleys sind mir zu gefährlich. Fuck. Ähm. Lernio. Geh du mal bitte ein bisschen näher ran, dass du Lernio nicht abschießt. Meine Güte. Die anderen sind auch schon verreckt. Sehr schön. Lernio, wie geht's dir so? Ganz gut. Musst du Lernio übernehmen, auch wenn er die beste Waffe hatte. Einfach weil Eddie Marine Armor hat. Die anderen hätten das nicht überstanden. Die wären da gnadenlos verreckt. Aber hey, Lernio kann direkt ins Krankenhaus gehen. Und ich glaube, hier machen wir auch erstmal Pause. Das wird mir zu viel. Ja, also ich denke mal, sobald es ein bisschen, sobald mal alles wirklich steht und man sich auf andere Sachen außer Bauen konzentrieren kann, ist es hoffentlich auch ein bisschen einfacher, selbst wenn der Schwierigkeitsgrad höher zu sein scheint. Ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich ist, aber es wirkt irgendwie so. Ich kann es mir auch vorstellen bei Wooden World. Und ja, wir gucken mal, wie es weiter vorangeht beim nächsten Mal dann. Also ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei RimWorld. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.